Ich habe ein ganzes Buch um die Lackierung dazu geschrieben. Echt? Filmst du gerade? Scheiße. Hallo liebe Fans, wir sind gerade in Berlin im Sony Center. Gregor, was meinen Sie denn zu unserem Programm heute? Im Besonderen zum Wechsel der Farben vom Dach von Sony Center. Oh, super klasse. Super klasse. Absolut geil. Das lieben wir an unseren Gregor immer die präzisen Auskünfte. Ja, also hier Farbenspiel der Hightech und so hier. Warum sind Sie heute Abend nicht in der Matrix? Weil ich mich irgendwie nicht so ganz fit fühl. Aber trotzdem hauke ich jetzt hier und trinke Bier. Ja gut, okay. Aber trotzdem, jetzt muss ich halt nicht so rum... Ihr versteht mich, hoffe ich. Okay, sagen Sie noch vielleicht einen letzten Gruß? Ach ja, ich grüß alle meine Fans. Ja, okay. Okay, ich danke Ihnen. Tschüss.